Seit dem Update auf die Version 3.7 beinhaltet German Market auch die automatische Grundpreisberechnung. Der Grundpreis ist in einem Shop Pflicht beim Verkauf von Produkten mit Volumen, Gewicht, Länge oder Fläche. Dies gilt also zum Beispiel beim Verkauf von Weinflaschen, Stoffen oder Tapeten und ermöglicht den Kunden einen leichteren Preisvergleich. Für die Eingabe von Grundpreisen gibt es gesetzliche Vorgaben. Vor der Eingabe eines Grundpreises also bitte informieren. Links zu diesem Thema finden sich in der Beschreibung. In WooCommerce Germanized gibt es in der kostenpflichtigen Version die automatische Berechnung des Grundpreises schon länger. Nun erleichtert diese Funktion auch in German Market die Eingabe und Pflege des Grundpreises. Wie die Grundpreisberechnung mit German Market funktioniert, zeigt das folgende Video. Mein Name ist Harald Frey von wooexperte.de Damit die automatische Grundpreisberechnung in German Market funktioniert, ist im Menüpunkt Produkte in den German Market Einstellungen die Aktivierung der automatischen Grundpreisberechnung notwendig. Die individuelle Grundpreisberechnung findet sich dann in dem jeweiligen Produkt im Reiter Grundpreis. Bleiben die Felder leer, so wird kein Grundpreis angezeigt. Für dieses Beispiel nutze ich eine Weinflasche mit 0,75 Liter Inhalt für 10 Euro. Als Maßeinheit für den Grundpreis wähle ich Milliliter aus. Die komplette Grundmenge ist der Inhalt des Produktes, in diesem Fall also 750 Milliliter. Die Grundmenge zum Vergleich soll 1 Liter sein, also 1000 Milliliter. Rufe ich nun das Produkt auf, so wird der Grundpreis automatisch berechnet und angezeigt. Erhöhe ich den Preis des Produktes, so berechnet German Market automatisch den neuen Grundpreis. Eine tolle Sache also, die viel Zeit erspart. Das Ganze funktioniert auch bei variablen Produkten. Als Beispiel eine Weinflasche mit 0,75 Liter Inhalt für 10 Euro und als Variation mit 1,5 Liter Inhalt für 30 Euro. Der Wein in der XL Flasche ist also dreimal so teuer wie in der normalen Flasche. Rufe ich nun das Produkt auf, so wird auch in den Varianten der unterschiedliche Grundpreis automatisch angepasst und für den Kunden ist gut zu sehen, dass der Preis in der großen Flasche sich auf den Liter berechnet verdreifacht hat und größere Flaschen nicht immer günstiger sind. Möchten Sie weiterhin über WooCommerce informiert bleiben, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal oder besuchen meine Webseite wuexperte.de Pro-Large 3